dass wir ein paar Monate später einen Krieg in Europa haben werden. Niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass die russische Armee in die Ukraine einfällt und dort tausende Menschen ihr Leben verlieren. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Zerstörung, vor Bomben und vor der Angst, getötet zu werden. Die Verbrechen, von denen wir jeden Tag in den Medien lesen und die Beiträge, die wir sehen, machen sprachlos, wütend und verzweifelt zugleich. Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine und daher lautet unsere Botschaft, Herr Putin, stoppen Sie den Krieg in der Ukraine, jetzt und sofort.